Ja, Metall, Leute! So, jetzt bin ich mal gezwungen, wirklich mal echt mal hier ein Video aufzunehmen, weil immer wieder Fragen reinkommen. Wann kommt wieder was? Machst du noch was? Bist du noch aktiv? Kommen neue zweiten Teile von die Drachenchronik? Nee, leider nicht, Leute. Ich bin zwar nicht mit Gast wie Dorian oder wie Mimon, aber ich habe kein Equipment mehr. Die Sache ist die, ich habe einfach keine Lust, Musik zu machen über den Winkel. Das Ganze ist ausgelutscht. Der Winkel mongoliert nur noch vor sich hin. Da ist nichts mehr. Und da denke ich mir, ja, kommen die Lieder, ne? Die, es ist tot im Endeffekt. Das bringt alles nichts mehr. Ich meine, die Lieder waren lustig, alles cool. Duncan, Eis-Tisane. Habe letztes Mal nochmal angefragt, ob ich nochmal Bock hätte. Dann habe ich ihm auch erklärt, hey, Digga, schon, ja, aber ich habe halt leider nicht mehr die Möglichkeit, Dinge aufzunehmen. Also, ja, wie gesagt, den Kanal werde ich auf jeden Fall nicht löschen. Der bleibt noch, warte mal, immer du nach rechts haugen. Ja, guck mal, ich habe so wenig Zeit, ich muss unterm Reiten, muss ich hier schnell euer Video aufnehmen. Weil du immer wieder Kommentare reintudeln. Und ich irgendwie jedes Mal vergiss, auf die Kommentare zu antworten. Guck mal, wie schön das bei mir ist. Wie beim Winkelbombe. Ne, auf jeden Fall kann ich nichts mehr aufnehmen. Ich hatte noch sehr viel Demo-Aufnahmen und Texte und wie gesagt, Drachenchronik 2 war ja geschrieben. Ich war auch schon eigentlich so weit vorbereitet, dass man hätte aufnehmen können, aber Leute, die Zeit ist halt einfach nicht. Ich meine, wir werden alle älter. Wir sind alle nicht so stehen geblieben wie ein 13-Jähriger, wie unser Herr Rainer Wingel. Und wir entwickeln uns weiter, wir machen was aus unserem Leben. Ja, und ich denke mal, das wird jeder von euch irgendwie ein bisschen nachvollziehen können. Für mich ist immer ein bisschen hier die Landschaft. Ja, ist warm. Nein, aber komm, wisst ihr, es gibt genug andere Leute, die halt immer noch Musiklieder machen. Aber ich bin nicht mehr dabei, muss ich leider sagen, weil mich das einfach nicht mehr reizt auch. Es hat mich einfach nicht mehr gereizt, ich habe da nichts mehr aufgenommen. Jetzt, ja, ich distanziere mich nicht von dem Game, aber ich mache jetzt eigentlich mehr so den stillen Beobachter und ab und zu mal auf ein paar Discords dabei und so. Aber im Großen und Ganzen, was hast du mir jetzt eigentlich hier vorne vor? Muss das hier eigentlich stehen bleiben? Nee, komm, da gehen wir noch ein bisschen vor. Ja, ja, ja. Ich bin schon noch stiller Beobachter, aber wie gesagt, es geht einfach nur noch bergab mit dem Wingel. Genießt die Zeit, die ihr noch habt mit ihm. Da brauchen wir keine Lieder, er macht sich schon noch genug zum Affen. So, einige Themen könnte ich jetzt noch ein bisschen labern, was mich so ein bisschen beschäftigt, was mit ihm angeht. Aber ich denke mal, Meinungen gibt es genug. Wir werden schon sehen, was der Herr Wingel aus seinem Leben so macht. Ich wünsche euch auf jeden Fall in dem Sinne noch einen schönen Tag, angenehme Woche, schönes Wochenende. Und ja, wartet auf den nächsten Klopper, den sich der Wingel wieder selber einkocken wird. Bis dahin. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.